Heute haben wir italienische Nacht. Das Tuffé ist heute italienisch gemacht. Es gibt verschiedene Sachen. Verschiedene Sammachtung. Ein bisschen Jünchen. Reis. Hebrot. Soßen. Einen Schindlerpitzel. Der wird frisch gemacht. Hier haben wir noch die Suppen. Hier haben wir noch die Obst und der Dürf ist abdurchschnittlich, aber es gibt hier noch eine Sohn. Hier vorne gibt es noch Pizza, Lasagna und Bajros.